Herzlich Willkommen zurück Freunde der geflähten Lego Unterhaltung. Wir beschäftigen uns immer noch Tobias und ich mit Lego Dimensions. Wir sind nun bei einem DC Teampack angekommen, wo wir uns immer noch nicht im Klaren sind, was das Teampack bedeutet. Sollten wir vielleicht mal beim nächsten Teampack googeln. Wir finden das schon raus, spätestens dann, wenn es angeschlossen wird. Ja. Ich darf auspacken. Ja. Genau. So. Drinnen enthalten sind der Joker, Harlequin, Jokers Shopper und Harlequin Mobil. So wie jetzt darf ich wieder um die Figuren kümmern. So. Oh, da ist ja fast immer was zum zusammenbauen. Einmal ranzoomen, Bibi. So. Bittchen. Busser gegeben. Au. Das war mein Finger. Ich bin schwer verletzt. Ich halt. Weil, das ist ein bisschen geknickt. Ich bin ich nicht. Ah, mach's doch Harlequin. Wie viele Platten? Ha ha ha. Ja, vier Stück. Vier Platten, wo hast du ja auch. Die ha 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 ist das schon für den Joker. Nein, die ist für Batman. Wer zuletzt lacht. Genau. Du hast das falsche Gesicht. Stimmt, der Joker sieht aber so weiblich aus. Wobei die tun sich ja eigentlich nicht so. Doch. Aber Harlequin ist ja eher die weibliche Version vom Joker. Genau. So. Einmal ha ha ha. Und Tobias baut noch an. Den Hammer. An Toas Hammer. Genau. Toas Hammer. Jetzt auch ein Lego Dimensions. Wobei das ja nicht gehen würde. Weil Toas Hammer ja nur vom Tor bewegt werden kann. Da gab's ja diese tolle Diskussion bei Big Bang. Ja, die war so toll. Und die Jungs wundern sich, sind die jetzt in der falschen Welt gelandet? Wenn jetzt aber jemand kommt und Tor hochhebt. Von Tor, Tor, das haben wir recht. Kann man den trotzdem hochheben? Ja, die Fragen sind durchaus berechtigt. Ja, heute. Ups. So, komm schon mal das Pet. Wahnsinn. Das Pet, 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 Pet. Jetzt mal beiseite. Schön ist er. Hübsch. 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 Ja. Bisschen kleid für unseren Karneval. Für den Karneval passend. Ja, Gleiler und Alarv. Aber Winter wird schon ein paar Monate weit. Weiß man nicht. Ja, mit unseren Zuschauern wissen, wollen wir das so aufbauen. Ja, morgen ist Weihnachten. Genau. Nein, so schon ist es dann nicht. Geht schon mal, als man denkt. Das ist leider so. Das stimmt. Ja, mache ich. Ich glaube, das wäre der Heli. Mhm. Lukas Chopper. Ja. Diese pinken Dinger suche ich gerade. Ich denke mal, die sind Lila. Ja. Ja. Ja, ja. Wo hast du einen? Ich hab dir leider noch. Ja. Weiß er aber. Ne, da brauche ich ein anderes Grün. Oder? Ne, passt. Das muss das Grün sein. Jokergrün. Ne, ist schon recht. Ich bin noch gar nicht sicher. So. Dann mal für den Rotor. Warte, da kommt noch was hinter. Mit die Fenster, ja. Ach, das ist eins. Das ist eins. Das sah so aus, ja. Ja, echt. War auch irritiert. Gott sei Dank war ich nicht allein. Ja, so ist es. Du bist nicht allein. Kassenauer werden hier rausgehauen. Ja, zu Karneval geht alles. Das war ein Betriebsblenden. Ne, ist verkehrt und so. Zwei Stück. Ach, da hast du jetzt halt. Ja. Das hier ist das. Das hier. Das ist das. Genauso. Interessant, interessant. Wirklich, ja. Hups, hups, rup. Hups, rup. Der Chopper. Chopper ist Chopper. Machst du die Kufen noch? Die Kufen? Ja, hast du noch Kufen? Glaubst du dann vielleicht später oder was? Achtung, wir müssen das jetzt so machen. Das kommt aber so. Was? Was meinst du? Ach so. Ja, ja. 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 Genau. Jetzt ist es richtig. Wenn, dann richtig, ja. Wenn schon falsch, dann richtig falsch. Schön sieht der aus. Du hast es. Ein Auto. Oh, schau mal den Podest hier. Bist du sicher, dass das so gut zusammen gehört? Ne. Niemals. 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 Thorsten ist mutig. Warum? Wir hatten schon mal was dazwischen. Das stimmt. Aber wenn ich mir das Bild zu angucken, gehe ich gerade in diesem Moment nicht davon aus. Er versucht jetzt durch das Bild. Ja, ich mach das mental. Ohm, wie sieht das aus? Es hat nichts mit dir zu tun. Das kommt erst ganz zum Schluss. Ähm, ja. Wenn das dann überhaupt richtig ist, was ich hier mache. Ähm, da fehlt was. Was denn der hier? Nein. Ah. Ich bin, ja. Ach so, wo ist Papa wieder ran? Ja, manchmal hat man einen Rettwagen drauf. Das ist alles nicht so schlimm. Solange das Brett heile bleibt. Ach so, genau. Wo ist das? Wo ist er dahinter? So. So. Mehr kannst du denn mit Helm? Ja, was du auch immer gebaut hast. Das ist irgendwie die Antenne oder so. So. Wieder so Dreiecke. Ich kann ja schon auch die Reifen dran machen. Genau. Au. 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 Verletzt. Schon wieder. Arbeitsunfall. Wenn ich gefährlich bin, ist nichts mehr von mir. Ha. Na, mit dem Reifen. Schwarze Penuppe. Ja, ich finde die kompakte Bauhäuser ziemlich cool. Die ist richtig schön, ja. Hat optisch was und flott geht's vor auch noch. Ich meine, klar, die Geschwindigkeit sollte jetzt nicht im Vordergrund stehen, aber ich meine. Zehn Seiten, ein Auto. Ja, 20 Seiten, ein Auto. Ja, genau, genau. Sind wir noch nicht fertig? Ja, nun. Gut Ding will weiter. Was baust du denn da? Ein gut Auto will Dinge haben. Warum ist das? Okay. Da muss ich so greifen. Ach, das kann sein, dass ich den hab. Ja, wollte ich grad sagen. Kommt kein Tönny jetzt oben drauf. Nein, noch nicht. Es fehlt sich aber gleich. Ja, bestimmt. Ja, das sieht man auch im Bildschirm. Nein, noch kommt ein Kühlergrill. Ein Kühlergrill, ja. Und zwei Lämpchen. Lämpchen. Muss ja auch nachts Scheine erfahren. Ach, Quatsch. Sahnecken. Meinst du, die hält sich an die Straßen vergessen? Ja, auch die muss was sein, ja. Hat hier tatsächlich so ein Hammer? Mhm. Bam, bam! Die Reifen hast du schon. Da ist die Antenne. Du brauchst noch dran klipsen. Ja. Das war doch schon dran, so. Wie soll so auch sein? Das ist schon richtig. Ja. Dann ist das nur noch Modest. Ja, nur noch ist gut. Das war's schon. Das war's. Ich bin da einiges über. Ich bin da einiges über. Er wird für die anderen Sachen, Dinger, muss man das halt immer gripbereit haben. Da muss ich mir auch was überlegen. Nein. So, Reihenfolge total durcheinander, macht nix. Das macht nix. Aber schon durch mit dem Teampack. Ja. Und das nächste folgt in der nächsten Folge. Ja. Nächste Woche wahrscheinlich. Böses. Böses, genau. In diesem Sinne. In diesem Sinne. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Tschüss.